Nee, ich bin in dem Loch hinter der Rolle. Ja, da bin ich jetzt auch. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Aber ich glaube, gut. Save game, nicht exit to title. So schlimm, so schlimm. Okay, Lara, wir haben das heute schon mal gemacht. Da geht's ganz schön tief runter, wenn ich mir das so angucke. Hilfe. Lara, nein! Du, am Ende nicht vergessen, die Sprungtaste loszulassen. Dann macht Lara die Seinfeld-Seite für den Abgrund. Was hat Lara gemacht? Ich hab's vergessen. Am Ende, als ich gelandet bin, die Sprungtaste loszulassen. Das Lara einfach weitergemacht hat. Dann hat sie halt gemacht und landete im Abgrund. Das ist falsch. Hm, Lara, du hättest vielleicht die G-Taste gedrückt halten sollen. Okay, Lara, was speichern wir jetzt? Lara, weil wir möglichst wenig klettern wollen, suchen wir uns schon mal eine günstige Ausgangssituation. Hü-hü-p. Von da aus müsste es am besten gehen. Lara, wubbel dich ja mal schnell runter. Runter? Ja, ich will sehen, was unten ist. Ist unten was? Ich weiß es noch nicht. Sehr viel unten. Hat das Level ein Boden? Das Level hat tatsächlich einen Boden, auf dem ist nix. Ich dachte, vielleicht ist da unten noch mal Munition oder sowas. Oder ein Drache. Oder ein T-Rex. Den ich mit meinem Millimeterbreit Leben jetzt garantiert gern bekämpft hätte. Auf jeden Fall. So, komm, jetzt geht's aber nach oben. Gib Bescheid, wenn du oben bist. Warte. 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 Ich speichere schnell. Okay. Ich bin oben. Uh. Ah, ich weiß nicht, ob das, was jetzt kommt, mir gefallen will, aber hey. Ja, das machen wir rückwärts. Und ich bin tot. Jetzt, ihr sagt mir bitte nicht ernsthaft Spiel. Nicht ernsthaft Spiel. Das ist eine Stelle, die ich jetzt mit meiner aktuellen Gesundheit nicht schaffen kann. Also, ich habe mehr Gesundheit als du. Ich schaffe die auch nicht. Okay, gut. Gott sei Dank. Also, nicht Gott sei Dank, dass du das nicht schaffst, sondern... Spiel, was willst du von uns? Ja, das wollten wir nicht. Wir waren zu spät. Nee, das ist es auch nicht. Nee, das ist es auch nicht. Nein. Äh. Ich habe im Vorbeifallen auf dieses blöde Ding geschossen. Ich muss noch mal gesagt haben. Du, ich glaube, wir müssen eher den Gong-Dingens benutzen. Im Vorbeifallen? Nee, nicht im Vorbeifallen. Das ist schon eher. Ja, wenn du... Du musst mehr Gesundheit haben, dann schaffst du es. Sie zwingen mich jetzt, ein Medipack zu benutzen. Mhm. Darf ich mal sagen, dass ich dieses Spiel für solche Aktionen einfach hasse? Ja, darfst du. Was soll der Müll? Ihr habt einen Spieler, der sich hier durch das Level durchquält, um seine Statistik hochzuhalten. Und dann sagt er, nö, jetzt wird sie deruilliert. Einfach, weil wir nicht wollen, dass du das schaffst. Ich habe jetzt auf den Gong geschlagen. Ich noch nicht. Ich war noch nicht fertig, damit mich aufzuregen. Ist in Ordnung, ich hatte die Tasten noch, aber die Finger noch auf der Tast. Ich habe jetzt auch den Gong geschlagen. Aaaaaaah! Was? Spiel speichern! Ach, du willst laden? Schön, Lara, jetzt haben wir auf den Gong geschlagen. Und nun? Was hat es uns gebracht? Nix. So, Lara. Was liegt da? Was liegt da? Ich will es haben. Oh, ich will es haben. Oh, oh, shiny. Wenn ihr den jetzt schon mal ein Lady Pack nicht gönnt. Lara, du guckst da so rüber. Lara, du musst ja auch erstmal einer nachmachen, die Kante raufzurutschen. Lara, hier irgendwo war ein shiny. Ich habe es gesehen. Lara, kommen wir an den Gong vorbei. Lara, wo ist das shiny? Ich habe es gesehen, Lara. Du kannst es nicht vor mir verstecken. Es ist ein... Keine Ahnung. Es ist ein Schlüssel. Irgendwas. Es ist... Der Sturz in den Tod. Es ist Talion. Talion? Ja. Schön. Was macht so ein Talion aus? Keine Ahnung. Ist zylindrisch. Lara, Lara. Lara, jetzt sind wir ganz unten. Ich jetzt auch. Aber ich habe Talion noch nicht. Talion sah wichtig aus. Ich weiß, aber ich habe Talion. Zur Hölle bist du? Es tut mir leid, dass ich deine kleinen Brüder im Baden habe. Lass mich doch mal fünf Sekunden in Ruhe, damit ich wegrennen kann. Das klingt nach, du hast den Ober-Jethi gefunden. Ich weiß nicht, ob der Ober ist. Er ist nur sehr groß. Ich komme gleich wieder mit schwereren Waffen, ne? Hier, Uzzis. Sie mochten deine kleinen Brüder schon nicht. Nee, es ist gar kein Jeethi, was bist du? Ich kann dir sagen, was du bist nach ungefähr 1000 Uzi-Munition tot. Und das Level vorbei. Ja, schön. Ich, ähm... Nee, nee, warte, warte, warte ich nicht. Nein, 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 nein. Lara? Ich lade, also, okay. Da liegt das Problem mit dem, was heute mit technischen Schwierigkeiten war. Ich kann keine Cutscenes sehen. Du kannst keine Cutscenes sehen? Ja, da wechselt mein Spiel dann automatisch wieder in den Vollbild-Modell. Ah, okay. So, und Typ, warte mal einen Moment. Ich muss mich hier noch umgucken. So, ähm, ich habe ja vor ihm gespeichert. Ich, ähm, mache jetzt mal was ganz Dummes. Ich beende mal schnell mein Spiel. Es hat eine ordentliche Durchschlagskraft. Ja. Und es hat einen Vogelkopf. Ja. Sekunde, ich bin noch dabei, mein Spiel zu versuchen, mit dem Programm, wo es dann eigentlich funktionieren sollte, neu zu starten. Und dann probiere ich noch mal, das Spiel umzubringen. Mhm. Weil ich habe mal geguckt, was da hinten in der Nische lag, zu der ich hingerannt bin, um mal zu gucken, was da drin war. Und, ähm, ich kann aus irgendeinem Grund plötzlich das Spiel nicht mehr mit dem Programm starten. Lara ist bei mir im Abgrund gelandet. Okay, jetzt geht's wieder. So, ähm. Ich muss mal kurz hier ein bisschen was anpassen. Ach, Toonbrader. Lass dich doch mal verschieben. Nein. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hinter mir ist. Ja. Äh, einen Augenblick. Ich muss mal, ich glaube, ich muss die Aufnahme heute ausnahmsweise mal in zwei Stücke teilen. Oder wo? Ähm, ist die, wievielte Aufnahme ist das? Die 15. Müsste. Hoffe ich. PS2 unterstrich 15. Unterstrich 1. So, jetzt hör auf hier lange rumzurödeln und ich lass mich... Ach, komm schon. Gib mir mein Aufnahmending wieder. Ich will Cutscenes sehen können. Äh, hä? Hallo? Aufnahmeding? Wo bist du? Ach, komm schon. Mibu, musst du jetzt rumzicken? Hm. Klar, vielleicht mehr schießen, äh, weniger schießen, mehr laufen. Tomb Raider, ich will jetzt den Demo-Bildschirm nicht sehen. Ich warte drauf, ich warte drauf, dass ich wieder was aufnehmen kann. Meine Güte, Mibu! Während bei dir das alles so nicht klappt, sterbe ich fröhlich. Lara, wie wär's, wenn du auf das Ding da drüben schießt? Mibu, es kann nicht so schwer sein, das Aufnahmeprogramm wieder zu öffnen. Was auch immer das Teil da drüben macht. Guck mal, Mibu, danke. Nein, Mibu, Mibu, du sollst jetzt nicht abstürzen. Du sollst das Aufnahmeprogramm öffnen. Keine Rückmeldung. Lara! Fühlt doch doch zu dummen aus. Ich will nix updaten. Gib mir doch nur das Aufnahmeprogramm. So, ich würde gerne den Bereich aufnehmen, Mibu. Drei, zwei, komm schon, eins. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Hm, Lara, das finde ich schon gut, was du da machst. Ich weiß nur nicht, wie das gerade klappt. Okay, Lara, gerade hat das besser funktioniert. Komm, probieren wir mal was Unkonventionelles. Kann kaum unkonventioneller sein, als das, was ich gerade. Ich bin gespannt, wenn das gut geht. Du bist sowas von tot, Viech. Okay. Es ist so tot. Es ist so tot. Wie hast du's gemacht? Granatenwerfer. Es funktioniert. Ich habe mich auf den vorderen Block gestellt, der da, wo ich runtergekommen bin. Da hat mich das Vieh nicht mehr angegriffen. Ja gut, dann berechne ich schon mal meine Schlussstatistik. Ja, also du kannst mir auch, also ich habe auch keine Cutscene, wenn es das ist. Nee, es ist jetzt erst mal nur der Level-Abschluss-Bildschirm und danach kam eine Cutscene. Okay. Ich habe aus Versehen auf Enter gedrückt. Ah, okay. Also, ich sage direkt, ich habe 559 Mal getroffen und 672 Mal geschossen und damit immer noch 83,18 Prozent. Also ich habe bestimmt mehr als 50 Prozent Trefferquote. Okay, okay, das ist schon mal gut. Ich habe 776 Mal getroffen und 1147 Schuss abgeguckt. Sind immer noch 67,65 Prozent. Geil? Ja. Okay, ich glaube gerade bricht die Internetverbindung wieder zusammen. Geil? Geil? Hallo? Ja? Hallo? Ja, ich höre dich. Ich höre dich wieder. Ah, schön. Jetzt kommt gerade eine Nachricht bei mir an. Ich hoffe, du hast mir was geschrieben. Ja. Was tue ich hin und wieder? Also, ähm, hast du deine Schlussstatistien noch mitgekommen, bevor der Walfisch wieder da war? Ähm, ja, bevor Free Willy hier vorbeigeschwommen ist, waren das von 63 Prozent oder so? 67. 67,65. Uh. Alles in allem, ähm, habe ich 53 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Ich habe 45 Minuten und 11 Sekunden gebraucht. Mhm. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis. 19 Gegner. 21 Gegner bei mir. Ja, du hast zwei Yeti mehr erschossen. Irgendwie sowas. Ähm, ich bin 3,1 Kilometer weit. Ich bin 2,9 Kilometer weit. Okay, jetzt kommen sie. Ich habe ein Medipack gebraucht. Ich habe 1,5 gebraucht. Das eine zählt ja nicht mal. Ganz ehrlich. Das macht Cheaten vom Spiel. Du bist doch besser als ich. Ja, aber es ärgert mich trotzdem, dass dieses Spiel einen dazu zwingt, ein Medipack zu benutzen. Das ist schlechtes Gamedesign. So, gucken wir uns die Katzen an. Lara kommt aus der Höhle. So, sie lächelt. Lara, was genau wolltest du hier nochmal? Den Wagen stehlen. Oh, schluck, wie es aussieht. All das nur, um einen Wagen zu stehlen. Die Rolle hätte ich auch stehen können. Ja, genau, Lara. Ich weiß nicht, dass wir die Waffe unbedingt dabei haben. Also, wer der Wagen am Ende nicht explodiert hat, ich gesagt, kein Effekt reisen kann. Ja. Was? Was ist die Frage? Warte, 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 das war der Talion! Ja, der Türgriff. Okay, ähm, speichern wir das jetzt und, ähm, ich habe Fragen. Ich habe viel, aber keine Antworten im Tempel des Shian. Also, ich kann jetzt schon mal meine Fragen stellen. Erstens, also ich gehe sie jetzt nach aufsteigender Wichtigkeit ab, ne? Fang an. Wie ist Lara jetzt mit diesem Wagen, also warum hat sie diesen Wagen geklaut? Um ein gutes Transportmittel zu haben, um von, wo waren wir, äh, ne, nicht Tibet, um von Tibet wieder zu einem Flughafen zu kommen, wo wir nach China weiterkommen. Ja, aber, ähm, mhm, okay, meinetwegen, ähm, wer waren diese Leute? Das weiß ich nicht. Okay, gut, gut, ähm, nächster Punkt. Wilder aber wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Nächster Punkt, ähm, wir haben also diese ganzen Schapassen mit dem Unterseeboot und dem Flugzeug nach Tibet und allem drum und dran auf uns genommen, um diesen Griff zu finden. Ja? Woher wusste Lara, dass der Griff da ist? Intuition. Gut. Warum ist sie nicht direkt nach Tibet geflogen? Hm. Ich überlege gerade, wo waren wir denn vorher? Also wir waren erst in China. Von China sind wir dann nach Italien. Stimmt, wir waren in Italien. Von Italien sind wir dann... In Italien sind wir irgendwann auf das Wrack gekommen, oder? Auf das Wrack gekommen, genau. Genau. Genau, von da aus sind wir nach Tibet und da haben wir den Griff genommen. Also warum sind wir nicht sofort nach Tibet? Wir haben uns in Italien erst noch, ähm, das Flugticket geholt. Beziehungsweise wir mussten in Italien umsteigen und haben die Wartezeit verbracht. Mhm, mhm, mhm. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Du hast bewiesen, man konnte nach unten kommen, ohne den Talion aufzuheben. Ja. Was wäre passiert, wenn Lara jetzt den Bossgegner besiegt hätte und das Level zu Ende gewesen wäre, ohne dass du den Talion hattest? Hätte sie ihn dann trotzdem einsetzen können? Wie hängt das wieder alles zusammen? Nee, nee, warte mal. Ich muss mal irgendwas ausprobieren. Okay, okay. Spielladen. Das nicht. Bisschen weiter vorher. Ich habe ja auch schon gespeichert. Laden. Okay, da ist der Talion, der ist mir diesmal egal, sag ich. Ja. So, gucken wir mal, ob das, wie ich dann auftaucht. Tatsächlich nicht. Puh, ich dachte schon, Tomb Raider hätte wieder Mist gebaut. Dann bleibt die Kammer in dem er steckt zu. Genau. Aber dann habe ich jetzt mal Zeit, mir die Leiter anzugucken. Da war eine Leiter? Ja. Ja. Im Kampf? An der Seite? An der Seite? Ja, ich sehe sie. Meine Damen und Herren, es ist China gerade sowas von egal. Machen wir diese Woche hier nicht mehr. Oh, unten ist ein Hebel. Äh, hier ist erstmal dunkel. Ja, und da unten im Dunkel gibt es einen Hebel, der dann die Tür aufmacht, wo es einen Jade Drachen gibt. Gut, vor der Tür habe ich schon gestanden. Ne, soweit bin ich nie gekommen. Ich sehe auch den Hebel nicht. Unten im Dunkeln. Unten im Dunkeln. Da ist gut munkeln. Da ist der Hebel. Ich finde ihn nicht. Ich bin noch weiter unten. Da gibt es halt kein Licht. Da ist, ähm, auch kein Hebel und auch ansonsten Licht. Doch leider gibt's hier Stacheln. Dann auf der anderen Seite. Ach Gott, Lara, du bist zu grandios. Lara, Lara, die Beste aller Crofts. Das ist die letzte aller Crofts. Da ist es mit der Besten nicht weit hin. Das muss Lara ja nicht wissen. Das weiß Lara. Das würde mich stark wundern, wenn sie das nicht wüsste. Dass sie die letzte aller Crofts ist. Jetzt wollte ich grad sagen, als ich den Hebel gezogen habe, ist mein Spiel abgestößt. Nein, meine Fackel war nur ausgegangen in der Cutscene. Da riecht die Tür öffnen. Okay, ähm, ja, aber jetzt wissen wir das. Zumindest, dass die Frage geklärt ist. Die ganze Logik des Plots dieses Spiels erschließt sich mir immer noch nicht dabei. Ach. Aber jetzt, wo ich hier grade drin bin, würde ich gerne mal ausprobieren, ob das irgendwie ein seltsamer Bug war, dass ich mein Gegner dann nicht mehr um mich geh... hat. Mhm, mhm, mhm. Und ich ihn wirklich mit den Pistolen erschießen konnte. So, das macht Spaß. Ich mein, jetzt haben wir ja auch die Tür vom Jade Drachen auf, vielleicht geht das von daher noch besser. Die Tür vom Jade Drachen auf, vielleicht geht das noch besser. Ja, wenn wir ihn halt von da drinnen versuchen zu schließen. Ich muss erst mal irgendwas finden, dass ich wieder dahin... Ich weiß nicht, was du gesagt hast, durch die Verbindungsabbrüche kann es irgendwie sehr schwede. Äh, die Schweden will den Talion aufheben, sonst gibt das nix mit dem noch. Ach so. Ja, ich sehe das Problem. Ich liebe das Spiel. So furchtbar blöd, dumm. Ach. Das ist ein wunderbares Spiel, wenn man keine Ansprüche hat. Ähm, ich glaube es hat sich bei der Programmierung dieses Spiels niemand irgendwelche Gedanken irgendwo drum gemacht. Flipp, Lara kaputt. So, okay, ich bin wieder beim Talion gelandet irgendwie. Okay. Ich nicht. Du kannst auf der, ähm, ganz gegenüberliegenden Seite vom Jade Drachen irgendwie wieder hochwirbeln. Ah. Ach ne, du, das ist mir jetzt grad nicht wert. Ich probiere das jetzt trotzdem. Ich hab den Talion. So. Auf meiner Theorie kann der da nicht rein. Da kommt er und sagt, uh, ich bin so groß und böse. Ich sag, uh, ich bin hier im Raum. Mhm. Ich schreit dann draußen wütend rum und kommt mir nicht hinterher. Aber kommt er dir in die Quere, dass du ihn erschießen kannst? Nö. So viel zu deinem bombensicheren Plan. Warte, warte. Ich kann ihn anlocken. Oh, großer, böser Vogel-Yeti. Ein Fieti. Oder ein Feti, äh, ein Pfoti. Das ist ein Pfoti. Er wird einfach immer nur sehr wütend. Und geht dann wieder weg mal Schritte. Ich geh wieder raus. Schießen mal mal auf ihn. Also das klappt. Ah, okay. Würde man weichen davon. Magst du dich mal versuchen, auf diesen Eisblock da vorne zu stellen? Welchen meinst du? Der nicht aus dem blauen Eis besteht, sondern den Schleichschrägen auf der Seite. Ich bin gerade an der Kante festgelegt. Ich bin rot. Oh. Na gut, so wichtig war es dann auch nicht. Warte. Ich glaube, ich habe einen Speicherpunkt. Ähm. So. Welchen Eisblock meinst du? Aha. Hm. Du hast da so einen Durchgang quasi. Ich hab da so einen Durchgang quasi. Aus Eisblocken. Aus Eisblocken. Wenn du von der Tür kommst mit dem Jade Drachen. Ja. Ja. Und dann quasi Richtung Treppe, äh, Leiter rennen würdest. Von da aus. Ja. Kommst du zwischen einer Schneewehe und einer Schneewehe durch. Ja. Und auf die eine Schneewehe kannst du dich draufstellen. Ja. Und wenn du dich da draufstellst, dann war es bei mir so, dass er mich nicht mehr angegriffen hat. Du geil. Das tut er bei dir auch? Ich weiß nicht, was er da tut. Ja, er tanzt erst mal so komisch. Ja, Lara zielt nicht auf ihn. Er tanzt da hinten vor sich rum. Richtig. Aber als bin ich da runtergegangen und als ich wieder drauf bin. Ja, jetzt habe ich den Buskampf anscheinend aktiviert. Ja. Jetzt rennt er blöd im Kreis. Genau. Aber er verschwindet bei mir hinten irgendwo im Raum, wo Lara nicht mehr auf. Jetzt kommt er zurück. Ja, und dann kommt er auch mal zurück. Und dann rennt er da rum. Jetzt verschwindet er hinter irgendeiner Eissäule. Ja, aber er kommt wieder zurück. Du, Kai, das macht er bei mir auch. Okay, das heißt, wenn ich einen Back gefunden habe, dann ist er überall wieder wunderbar. Ja, du hast eine gute Strategie gefunden, um das Viech zu besiegen. Genau, aber das ist jetzt egal. Eben, und da würde ich sagen, ich lade nochmal den Tempel auf Shan und sage, meine Damen und Herren, gucken Sie sich diesen dunklen Raum ganz genau an, denn nächstes Mal geht es hier weiter. Genau. Und bis dahin. Tschüss und bye-bye. Ciao. Ciao.